Hi und herzlich willkommen zurück bei Max E. Heute mit einem super leichten Einbau-Video. Es geht um ein Ambient-Light. Ich habe euch schon mal ein Ambient-Light gezeigt und da war der Einbau etwas aufwendiger, nicht unmachbar, super günstig. Aber heute gibt es ein Ambient-Light, was wirklich jeder einbauen kann, was super easy ist und das geht direkt los nach dem Intro. Also erstmal vorab, so ganz trifft das Einbau-Video nicht. Wirklich was einbauen tun wir nicht, wir packen nur etwas ins Auto und mit vielleicht einer kleinen Nuance an Einbau-Video, wenn ihr das möchtet. Probieren wir beides aus. Ich habe ja schon mal Ambient-Light eingebaut, das habe ich euch auch hier nochmal verlinkt. Da geht es ja darum, dass man entsprechend diesen Lichtschlauch verlegt. Aber es gibt noch eine deutlich leichtere Art und Weise und zwar hat mir dafür Tia Yard etwas zur Verfügung gestellt, was ich ziemlich smart finde. Es kombiniert zwei Sachen, nämlich ein Ambient-Light und eine Zusatzfunktionalität. Und jetzt schauen wir uns mal an, worum es eigentlich geht. Und zwar habe ich hier, und ja hier ist ein Kabel dran, da kommen mich, und sogar zwei Kabel dran, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Und zwar ist der Punkt an der Sache, dass man das hier einfach in die Mittelkonsole legt. Und das wird betrieben über die Charging-Pads. Das bedeutet, wir müssen nichts anschließen. Wir müssen keine Verkleidungsteile öffnen, wir müssen das nicht irgendwie ans Bordnetz bringen, sondern das versorgt sich einfach selbst über den Charger. Hat neben der Ambient-Light-Funktionalität auch noch eine weitere. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also wir haben hier unser Bauteil. Das hat da oben zwei Kabel, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das legen wir einfach auf die Ladeschale. Dann ist es hier auch drin. Und wir sehen hier schon, das rote Licht signalisiert, dass es da ist. Und es ist 11.11 Uhr und die Uhrzeit stimmt. Wahnsinn. Und wir haben hier noch diese Zusatzdinger. Die sind auch dafür da, um Licht zu machen. Jetzt ist es gerade etwas hell, viel Sonne. Ich zeige euch das alles nachher auch nochmal im Dunkeln. Wir haben dann noch diese LEDs hier am Ende. Das kann man dann in die Fußräume kleben. Das ist für alle Model 3, glaube ich, relevant, die keine Ambientbeleuchtung im Fußraum haben. Es gibt auch farbliche LEDs für den Fußraum, für das Model Y. Was mir daran nicht so gut gefällt, so, können wir hier sehen, das sind diese Klebepads. Und dass man das reinklebt in den Fußraum. Komme ich aber nochmal zum Schluss drauf. Bleibt unbedingt dran, was ich mit diesen Dingern noch mache. Achso, und wenn euch das bisher gefällt hat, natürlich abonnieren und ein Like da lassen. Freut mich immer sehr. Jetzt schalten wir die ganze Kiste mal ein, sodass ihr auch was davon sehen könnt. Wie man jetzt sieht, sieht man hier nichts. Es gibt ja dieses Display. Das Display habe ich so eingestellt, dass es automatisch ausgeschalten ist. Das heißt, per Touch kann man das dann wieder anstarten. Und dann kann man hier drin umswipen und kann sich hier Farben aussuchen. Es gibt vordefinierte Farben. Es gibt aber auch dann die entsprechenden Effekte, was man hier machen kann. Es gibt einfach nur Licht. Es gibt so ein Rollierendes. Es gibt so etwas Pulsierendes. Da kann man hier so ein bisschen drum rumspielen. Dann kann man hier diesen Screen, den habe ich jetzt auf Rest Screen. Das bedeutet halt, dass der dann ruht. Und man kann die Sprache einstellen. Das ist ganz wichtig. Bei mir war es standmäßig auf Chinesisch eingestellt. Ich habe es aber gefunden. Und hier kann man jedenfalls komplett den RGB-Farberaum einstellen. Und was dann noch entscheidend ist, man kann hier die Stufen einstellen. Wie hält man das an? Jetzt ist es auf drei. Es geht auch auf zehn. Und was man jetzt hier sieht, ein Kamerabild nicht ganz so stark wie in Real Life. Also mache ich es auch rot. Ich glaube, jetzt kann man das... Man kann es erkennen, es ist gerade sehr sonnig. Ich zeige es einfach nochmal dunkel. Auf jeden Fall ist es super hell. Das hier, das sieht man es auch gerade an. Das ist das normale Ambient-Gleit, was ich drin habe. Hier sieht man diesen Lichtschlauch. Das sieht man allerdings tagsüber so gut wie gar nicht. Hier sieht man es so ein bisschen schimmern. Tagsüber ist es aber fast gar nicht sichtbar. Während hier, das kann man sehr deutlich sehen. Also hier sieht das, glaube ich, auch das Rot. Ich glaube, ihr könnt es in etwa sehen. Ja, hier, jetzt sieht man es ganz gut. Also in Real Life sieht das tatsächlich so aus, wie ihr es denn hier seht. Das macht jetzt die Kamera irgendwie nicht ganz so cool. Also, man kann hier die ganzen Farben einstellen. Man hat hier eine Uhr, die kann man sich standardmäßig anzeigen lassen. So, jetzt können wir es besser sehen. Man hat eine Uhr, die kann man sich standardmäßig anzeigen lassen. Sound Control gibt es auch. Das heißt, wenn ihr das so einstellen wollt, könnt ihr das auch so laufen lassen, dass das darauf reagiert, wie die Umgebungslautstärke ist. Also auf die Musik und dann posiert es. Ich stelle mir das aber im Dunkeln vor, wenn man dann so ein pulsierendes Licht hat und die ganze Zeit pulsiert es und um einen herum ist es alles dunkel. Ich glaube, das ist nicht ganz so praktikabel. Es ist nette Spielerei, aber nicht wirklich sinnvoll. Kommen wir zur weiteren Funktionalität. Nämlich, wie ihr schon gesehen habt, ist das nicht nur unten das Display, wo man alles einstellen kann, sondern man kann damit auch seine AirPods charten. Wir haben die AirPods hier und hier oben kann man jetzt rauflegen. Das heißt, die konnte man sonst nicht laden. Da sieht man das grüne Lämpchen. Also eine gute Möglichkeit, um AirPods zu laden, um sich ein Ambient-Light ins Auto zu packen, ohne irgendwas basteln zu müssen. Kommen wir jetzt nochmal zu dem letzten Punkt, nämlich diese angehangenen LED-Lads. Ich glaube, das ist so ein China-Ding, dass die immer möglichst viel reinpacken wollen, aber nicht alles davon ist meines Erachtens sinnvoll. Aber falls ihr das doch machen wollt, ist es natürlich trotzdem wichtig zu wissen, wie man das dann verlegt. Also kann man das hier oben reinstecken, dann ist das ziemlich unsichtbar. Und dann kann man sich das Ding hier irgendwo in den Fußraum kleben oder hier an die Seite ran. Oder hier ganz hinten geht, glaube ich, auch noch irgendwo. Jedenfalls, dass man es nicht sieht. Und dann wäre der Fußraum in derselben Farbe beleuchtet. Wenn ihr das verlegen wollt im Fußraum, dann solltet ihr dafür sorgen, dass die Kabel so kurz hier drin sind, also hier ist so ein Zwischenraum drin, unter der Konsole kann man das Kabel reinstopfen und dass man es dann so reinklebt, dass wenn sich der Kleber wirklich mal lösen sollte, dass es dann maximal so runterhängt. Ja, dann nervt es vielleicht, weil es klappert, aber es sorgt nicht dafür, dass es während der Fahrt hier reinfällt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und natürlich funktioniert weiterhin das Laden per Ladeschale, was für euch jetzt noch relevant wäre. Falls ihr das haben wollt, ich habe euch den Link von TILIAT unten mit meinem Rabattcode MaxE nochmal hier reinkopiert. So, und unten ist ein Link drin, könnt ihr anklicken, kostet 110 Dollar etwa mit Rabattcode. Ist teurer als die andere Variante, die man einbauen kann. Da kostet das Komplettset 65 Euro, glaube ich. Ist halt eine andere Art, aber man muss halt nichts einbauen, man muss nichts puzzeln oder verkabeln, sondern das geht halt ganz einfach. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich ganz gespannt bin, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, weil ich würde gern auf diese Lichter verzichten. Deswegen schneide ich die einfach mal ab. So, da bin ich ja mal gespannt, ob das dann im Anschluss noch funktioniert. Und dann die andere Seite. Und abgeschwemmt. So, das Ganze super clean. Ja, jetzt gibt es keine Kabel mehr. Und ich hoffe, dass es noch funktioniert. Warum sollte es nicht funktionieren? Also, wir legen es wieder hier drauf. Zack, zack, zack. Und da leuchtet es noch. Das Display geht auch noch an. Ja, man kann die Uhr einstellen. Und ihr seht, das funktioniert. Falls ihr also kein Freund von diesen Fußraumbeleuchtungsdingern seid, schneidet sie einfach ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und abonniert den Kanal, liked das Video, kauft euch das Produkt, wenn ihr es wollt. Falls nicht, hoffe ich, dass es euch einfach unterhalten hat. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.